so hallo ihr lieben wie versprochen werde ich mich heute mal wieder live und zwar heute ist ein ganz besonderer tag für uns weil wir haben heute unser allererstes meet and greet hier in new york und wir stehen jetzt hier gerade kurz vor der brooklyn rich wo wir jetzt gleich zusammen ja hingehen werden und noch ein paar abschiedsfotos machen werden wir haben uns heute zusammen in brooklyn getroffen in unserem office und haben uns ein bisschen kennengelernt haben über new york geredet über lobby new york haben Fragen geantwortet und ja ich kann ja immer alle freundlich winkeln ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, ich muss jetzt hier unser Gruppenfoto machen. Ich wollte euch auf jeden Fall kurz an unserem Meet & Greet teilhaben lassen und einen kurzen Blick auf die Brooklyn Bridge euch gewähren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich denke mal, wir sehen uns morgen wieder mit einer richtig coolen Story vom Timescreen. Also bis dann. Tschüss.